was geht was geht am auch wieder hier am start aus thailand bin immer noch auf der honda cbr 650 r unterwegs ich müsste eigentlich je nachdem wie ich das alles einteile aber eigentlich müsste schon ein video gedroppt haben mit der wo ich ein bisschen was erkläre und genau ich bin heute wieder mit der unterwegs und habe mir sogar was cooles einfallen lassen damit ja auch also für die die vielleicht etwas aus thailand sehen wollen ist ganz cool bleibt auf jeden fall dabei ich werde nämlich zum big butter fahren es ist eine schöne sehenswertigkeit hier in thailand muss man auf jeden fall mal gesehen haben und ja da fahren wir mal hinten schauen wir mal was da abgeht ich gebe euch mal kurz diese aussicht also echt wunderschön so der verkehr ist wieder schön durch sollen alle schön platz machen heißt ich fahre den bry mal einfach hinterher der sieht aus wie ein lokal der kennt sich aus jetzt rechts 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 war das chance verpasst ich glaube ich vertraue diesen gullis nicht die sehen so gruselig aus rechts fahren auch welche ich sage hier in thailand du musst du musst es komisch wenn du nichts nix du bist auf jeden fall ein komischer kerr wenn du hier wartest wie die autos ja der checkt gar nicht was er macht ich küsste auf sein herz dich erfahr mal zu also ich muss jetzt noch ein bisschen fahren ich melde mich wenn ich zurück kurz vorm butter bin schalte ich dann noch mal online also ich dachte mir ich zeige euch doch noch kurz meine hier traffic künste wie hier nicht durchsleide mehr oder weniger wenn die jetzt platz machen du wartest jetzt einfach ein bisschen leer machen da der ist ein richtiger chicolo weil er wartet muss einfach durchfahren gewinnsstiegeln soo weg da weg da Amor auf Überholspur Cuisance ihr wisst gar nicht was abgeht Amor am Start hey hallo Gasflasche auch gefährlich schau mal wie sieht diese Gasflasche da das ist ein Knacks von dir gehe ich ganz weit weg ganz ganz weit weg nee 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 lass mal nee nee checken wir mal ab wie viel hier von 0 auf 50 geht mal einen kurzen Test wenn die Reifen nicht durchdrehen würden dann würde es schon schneller gehen die sind auch am chillen die Brees die haben einfach eine ganze Wohnung da hinten drin Alter das geht ab ein paar Sekunden später machen wir mal einen kurzen Soundcheck wenn ich hier gerade stehe mich werden die Nachbarn hier zwar verfluchen aber egal also das ist schon crazy ich fahre jetzt auch lieber bevor ich hier noch irgendeinen Muay Thai Fighter treffe oder so die fanden es anscheinend ein bisschen laut der ekelhafteste Mensch auf dieser Welt ich schwöre auf also das ist das Ziel ich habe irgendwie einen anderen Weg im Kopf aber scheint ist der Weg richtig hier oder was nee noch nicht weiter gerade der Hauspuff ist ja behindert Alter hier muss ich glaube ich vorrechts wo bin ich jetzt rechts abbiegen rechts abbiegen was für rechts abbiegen ich f*** dieser GPS jetzt einmal guck mal wo bin ich hin in der Abung hier gehts rechts ja also ich kann mich nicht erinnern dass ich hier die Route gefahren bin aber es ist ja auch schon drei Jahre her hier sind einfach Elefanten halt ein kleiner weißer Wolf hier kannst du Quads ausleiten auch cool ich will auch unbedingt mal wieder mal ein Quad fahren ist sehr lange her dass ich Quad gefahren bin ich hatte als Kind mal eins aber seitdem also so ein erwachsenes Quad bin ich noch nicht gefahren das können wir mal abchecken hier sind einfach Elefanten halt das ist so cool man einfach ein Elefant ja auch jetzt bin ich schon einmal am Bau also ich hab keinen Bock mehr auf mein Leben mein Leben macht keinen Sinn mehr ich bin im Krankenhaus ich weiß nicht wie du also ich hoffe dass ich da noch so ein bisschen reingehen kann weil es kann auch sein dass es schon zu ist so aber so sehen wir gleich wir sind eh gleich da ich glaube man sieht ihn schon aber es sieht schon sehr sehr cool aus also ich kann mich erinnern dass ich irgendwo da hinten rechts geparkt habe als ich das letzte Mal ja genau da Motorbike Parking jetzt ja einfach ab inzwischen wir haben ähm den Big Buddha erreicht er ist genau hinter mir aber gehört euch erstmal die krasse Aussicht es ist leider schon langsam dunkel sonst wäre das echt sehr cool mit der Sonne und halt den schönen Meer hier und den Inseln das hätte man echt alles schön gesehen aber leider ist schon dunkel aber es sieht trotzdem cool aus ich hoffe es sieht cool aus weil hier ist halt dieser Big Buddha er ist riesig ich habe jetzt einen Helm auf ich hoffe die machen es keine Faxen ich will jetzt nicht so rumlaufen weil das ist ja schon ein heiliger Ort und so aber oh scheiß drauf der Gänse geht es einfach ich raste da jetzt einfach hoch wenn die mich schief angucken gucken die mich schief an ich bin ein Touri ich darf das wenn ich einen Helm anziehen will dann laufe ich mit Helm rum wenn der die Statue anfassen will und beste halt die Statue an ich habe mich auf irgendjemand seine Latschen vergessen und das ist schon eine krankes Sicht kranke Aussicht auf jeden Fall war ich auch noch nicht am Abend hier was auch ziemlich cool ist weil der Buddha jetzt beleuchtet ist ihr seht hier der ist echt riesengroß und die Aussicht ist halt zu schön einfach so jetzt nochmal den Buddha in Nah hier ist auch nochmal so ein Typ keine Ahnung was er macht macht auf jeden Fall dasselbe wie ich gerade den Monat mache und soll irgendwas ausschenken erscheint ein Barkeeper zu sein mit so einem Reichspferd sehe ich mich auch auf jeden Fall sehe ich mich auch hier ist ein Buddha da ist ein Buddha keine Ahnung wer der Bray ist der Bray sieht mir nach irgendeinem Krieger aus naja und da drüben sind auch lauter Elefanten Drachen und so ganzes Zeug hier alles am Start hier ist auch ein Bray äh ja da sind ein paar Mönche 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 ach den soll man Geld spenden nö 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 so läuft es nicht so läuft es nicht ihr könnt hier nicht einfach rumstehen und denken ihr könnt von mir Geld kassieren nö 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 und da ist nicht mal ne Glocke dran Fake die Childee leben Wednesday Buddha Wednesday Night Buddha ein Glocke ein paar Franzosen und Thursday Buddha ja klar dann wenn das Wednesday und das Thursday ist dann muss das Tuesday sein weil mein Englisch ist perfekt Hallo 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 ich bin Englisch ne es ist Monday Buddha ah Sunday Monday Tuesday Tuesday alles klar wie gesagt ist der Big Buddha ich gehe noch dahinter glaube ich versuch doch ein bisschen Sonnenuntergang wenn anscheinend ist da die Sonneuntergang da sind noch mehr Statuen Alter das ist echt krank da sind noch mehr Statuen Statuen das ist die andere Aussicht jetzt check mal noch da hinten mal ab was da so abgeht einfach Nissan Skyline GTR lassen los hier werden noch Buddha zubereitet oder frisch gemacht die werden ein bisschen auf Vordermann gebracht ihr wisst doch ein bisschen verschönert irgendein Tempel da drin aber ich glaube nicht dass ich da mit Helm rein ich will auch nicht weil ich habe so kurze Hosen an und die sind da immer so mit hier ihr seht selber die haben so Röcke an eigentlich also es ist eigentlich verboten hier mit kurzen Klamotten rein zu gehen anscheinend in den Tempel aber hier ist auch noch ein goldener Buddha ähm ist auf jeden Fall verboten eigentlich so mit kurzen Klamotten deswegen sind hier alle Frauen auch ein bisschen mehr begleitet also wie gesagt wie seht ihr überall so viel Anzeige ist raus ähm kein Bikini das ist alles nicht erlaubt hier ist auch nochmal schöner Aussichtspunkt wie gesagt gebt euch das mal das ist Puket ja man ich blende mal so eine coole Musik jetzt ein ja ok passt schon wieder ok so nochmal kurz von hier den Ausblick das ist der Lick Buddha nochmal die Aussicht und damit beende ich auch das Video und dann Puket das jetzt mal Puk Puk Peace komm komm komm